Achso, na, ich wollte ja eigentlich was fangen, aber okay. Hey Leute, heute wieder einen neuen Live-Team. Machst ihr bereit? Auf Nicht-Auffüllen. Na, ich hab nichts aufgeführt. Da steht Auf-Füllen. Auf welchen Flags streamst du? Auf welche Seite? Und was muss man da gerade machen, ne? Na, eigentlich ist das eine Flirt-Seite. Ja. Da darfst du dich erst ab anwenden, wenn wir 8 zu lösen. Ja. Aber mittlerweile ist das so eine Flirt-Seite anderweitig. Ahja. PC lade, ich brauche meine, meine Nachrichten überall. Achso, die Schnoss. Jetzt, hier Deo, du musst doch noch streamen. Dann haben wir alle 3 streamen. Na, ich stream aber nicht über die Pläsi, ich stream über mein Handy. Ja, aber dann will ich auch nicht, dass mein Name verwendet wird, ja. Ich stream über Playstation und das ist so schwer, das alles zu bearbeiten, das und das. PC, hör auf. Aber das ist nicht von mir. Was? Na, wo wir gerade sind. Doch, das ist die neue. Neue. PC. Wohin? Ah, wo gehe ich hin? Warte. Ich gehe um wohin? Ich gehe mit dem Lubi mit. Mit Tom? Ähm. Er hat doch gesagt, er, äh, sein Name soll nicht verwendet werden. Ja, wie sollen wir den nennen? Nubi. Ok, Nubi. Fällt mir auch gut ein. Doch nicht. Zum Glück PC. Du hast mich abonniert. Jego Line. Die Hose, da mein Handy hat, das war eine Zeit, ich hab 24 Abos. Ich weiß nicht, wie viel Abos hab ich jetzt. Ey, mein PC will mich jetzt richtig schon. Ich bin noch auf meinen Kanal gegangen. Jego soll ich sagen, was passiert. Ein Abonnent fehlt noch. Wir sind noch auf 25 Abos. Und wie geht es euren Eltern? Gut. Ja, gut. Außer Mama, weil sie dann ihr Weisheit zahlen. Wird es tanzen? Wie geht das? Ähm. Ich würde offiziell auf meinen Haupt-Dio-Kanal, aber da muss ich auch ein paar Zuschauer mit haben. Ok, doch. Ich bin jetzt live. So. So. Ein grün. Genau. Und hier schon. Ähm. Deo, wo seid ihr das die? Oder? Ich bin vulkan. Plastinpott. Blastinpott. Sagen schon. Na wüste. das dauert drei jahre ich muss überlegen morgen ist richtig nicht die umordnungen update ne ich musste und schon Prozent es wäre sei froh das donnerseite ein update kommt so dass wir uns waffen wenn man animiert ist lasst man die sachen liegen ja klar bin ich eben nicht sonst wenn man gerade die materie tötet lässt man die sachen sofort liegen weil diese fällt man einfach aus wie daraus habe ich reihe gemerkt ich habe eine waffe für dich eine heavy sniper erste küsse eine heavy sniper leistung ist beweis wann morgen morgen das update um die ich meine ich habe gesagt gehabt dass ich am streamen da nach der arbeit also zu dem 18.00 Uhr werde ich noch auf arbeit sein ich denke mal zu dem 19.20 Uhr so ja am 5.4 also nächste Woche am 5.4 schauen wir uns an und sagt mir ein komplettes tisch war sie sollen bei youtube vorbeischauen ich brauche aus muss auskönnen Tommi hat sich schon ein Termin zu finden hab aber auch nur eine kleine Waffensammlung ich will sie noch ein bisschen ausweiten aus besser so ja und ich habe auch nicht nur spielte ich habe auch richtige Waffen so kann man sagen ich habe keine richtigen Fuss Waffen aber andere Sachen halt sollen alle auf youtube vorbeischauen ich bin der beste YouTuber der Welt ist das war lieber wenn ich auch mal eine echte hätte aber müsste ich den kleinen Waffenschein machen und ja der kostet ja auch Geld nur ist kostenlos ich weiß ich weiß ja und du darfst aber auch keinen Eintrag in deinem Führungsrücknis haben wenn du einen Eintrag in deinem Führungsrücknis hast Prozent darfst du den Waffenschein machen das wusste ich noch nicht die Uwe ist das immer wenn ich schmieren dann kommt der immer zu ersten Stream oder du und weißt du ein Eintrag oder ein Waffenschein die Uwe weißt du warum bist du jetzt nicht mehr ins Team drin und lernen du bist doch das lange halt auch eine Schnauze und musst doch nicht mehr streamen also ich bin sicher dass ich keinen Eintrag hab wo seid ihr offiziell Diego? wo seid ihr offiziell Diego? ich bin da wo du nicht bist weil die Leute mich da nicht sehen können und äh ich auch keine Fragen beantworten kann doch kann man da alles einstellen ich kann auch Fragen beantworten für die Ente und für den Favo ich muss mir nachher die App runterladen was du da streamst und dann schreibe ich den Stream alle vorbeischauen auf meinem Kanal ich bin der beste YouTuber der Welt ich kann ja noch keiner achten den missachten sein um ja anzumelden ach weißt du wo ich mich schon über einen gemeldet habe wo seid ihr jetzt hier? ich will Baubette haben vielleicht den Diego ich kann mir trotzdem die App runterladen muss einfach nur zuschauern zuschauern ha wo seid ihr jetzt überall die stadt wer sind das ach auf jeden die war ja auch der zehn immer in mein stream er wollte dann auch bei ihren zu sein aber dann habe ich sie nicht gefunden die euro seid ihr mit ihr schon mal weg da müssen wir müssen wir uns ja ich doch noch nicht sonst alles klar bei euch ich koche auch mal ab und zu mal wenn ich nur lust auf ich kann auch richtig kochen und da ist doch mal wieder ein kind gesehen ich sehe immerhin so nächste woche die euro das war das war letztes jahr schützefest war das glaube ich da wo maxi dann übrigens ausgerastet ist und von den bullen mitgenommen wurde das macht keinen Spaß mit dir mit dir nicht nur mit denen ich habe ja auch gehört gehabt dass der auch sich mit den sanitätsleuten da angehört nicht nur mit den sanitätsleuten noch ein bisschen und denkt er dass er dieses mal daraus gelernt hat wir schreiben staatsgewalt und alles das ist ja jetzt so was wenigstens sollte arbeiten Kürz Sao Schäse war meine Güte wird ich weiß ja nicht wo die anderen sind fahr ich bisschen herum und müssen erzählen wie sich beim Planen danke Ellen für die große Ente wenn ich wieder in Linestream bin ich kriegste auch nicht in die Ente ich bin bloß drauf und da war ich gerade dahin immer bemerke dass du online bist ja mann ein Zuschauer welches von den vielen Sachen ja das sind doch nicht alle bis 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 Was ist das Streamlern? Ja Kann ich euch am Ding kommen? Nein, ich komm zu ihr Okay, dann kommt er halt zu mir Huuuui Aber nicht der mit Dabei war so Der auch mit dem Streamlern kam Ja Geh, wo ist ein Hurensohn? Ich wollte gerade am nichts antun Mann, äh, Tego Ja, und du hast auch nichts geklappt Ja, und du hast auch nichts geklappt Habe ich, das war Tom Ey, Juna Meine Waffe sind weg Doch eine fehlt So Ist mir eine Trille Wie ein Tom Tom, bitte meine Munition Ey, hab ich doch gesagt Der kommt mir nicht an Papa, dritt du mich nicht Nein, nicht an Was? Bei mir ist es Wehen, Alter, sieht jetzt ein Akku an Bei mir nicht so Deo Hast du ein Schat-Schat? Ja, aber Ja, aber Mann, passt toll Ey, den Schat-Schat gegeben Lass die Waffenleiter lehnen Dego, die Namen bitte nicht sagen Komm mal, ich hab Stüm an Ey, äh, ich hab ja schon Pracht gemacht gehabt und alles Kapiert du nicht Ja, ich zocke Du auch nicht Das war ein Fügel für mich Ansonst Naja, teilweise besser als alle anderen Äh, doch Also hätte ich die Alter, fast wie ein Dixer Du hast bestimmt die Zündung von mir eigentlich nur damit Nein Ähm Was wollte ich eigentlich gerade nicht sagen? Hab's vergessen Ja, haha GG Oh, was mit Samsung Samsung Ne, Samsung ist das als ein Eierphone oder ein angekratchten Appel Das nennt man iPhone Äh, nein, so Also wenn ich ein iPhone haben will, Wollte ich bloß in den Laden gehen Äh, zu den Eierpackungen Und wieder ein Eierpackungen Und wieder ein Eierpackungen Und dann ein paar Blüchstaben Oder Zahnen draufschreiben Habe ich bloß ein Eierpacke Ja, kommt drauf an, welches Huawei Meins Ich hatte das Huawei Lass mich überlegen Ähm Huawei Y6 hat sich glaube ich gehabt Und Es ist gut, dass es ein Alugehäuse hat, Alter Und der ist kaputtgelegen Wo ich ausgereist bin Kennst du eigentlich noch meinen Huawei? Was gewogen war? Warum jetzt möchte ich versuchen umzubringen? Hmmmm Naja Komm doch her Ah, ist ja richtig 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 Ich hatte eh mal Ähm Mache ich Ich bin damit gar nicht da gekommen So Leute Das ist der Geilste Ja Ja Was hab ich gemacht? Ich war so gut jetzt, ne? Ich muss auf den Strom Mist Ich bin enttötet Ich bin überall enttötet, suche selber Ja Nein, ich binlide Ja Echt gedacht, hab ich mir echt Da waren Kerle gewesen, die haben, das eh weiter übe zu Winter gemacht, nicht alles Und Ich hab nur dazu gedacht, gehabt Was soll die Scheiße Die könnte sich zwar auflären, aber naja. Ich seh' ihn noch nicht mal. Hat's eigentlich die Arme Kopf gemacht? Ich seh' Diego. Ja, du hast mir doch geschrieben, dass du Kopfschmerzen hast. Hi! Blind? Kopfschmerzen wegen dem Wetter. Da war jetzt meine Frage, ob die Wälder hinkt oder nicht. Mein paar Sniper hat von mir Munition aufgesammelt. Habe ich gar nicht. Welche? Was machst du? Meine, ähm, hier, meine, 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 meine. So, Leute, ähm, Donnerstag, wenn ich bin. Was? Was? Ich hab' mal gewundert bei Reinigen Möten, wo das Kuhn drin war. Nö. Ja, haben ihr Handy vor den Pfoten und alles? Weil ich mir denke, hä, über was tun die denn? Ich hab' auch mehrere Handys und alles, aber da hab' ich nicht gleich Lawu. Nein, 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 nein. Das ist sch. Ich glaub's immer, wenn es eine Handys klappt. Ja, achzoooo. alles scheiße es ist ja die Prozent genau so wie mit mir seit knapp wieviel Jahren nicht immer wieder Schmerzen ohne Grund und mittlerweile auch schon sowas ganz am Alten ich bin hier auch noch nicht weiß man es wo das jetzt hier alles schon wieder was ihr wollt jetzt erst essen ich bin schon fertig mit Ambrot essen ich esse gar nichts du bist ohne und zarte 23 Tego wenn du mich suchst bin ich das Team der Pau das Team 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 Dann ist sie ja so wie Madeleine war. Bist du dir sicher, dass sie in den 6 Monaten treu war? Bist du dir sicher, dass sie in den 6 Monaten treu war? Boah, das will ich jetzt so ohnehin mehr. Die hat sie schon mit Sicherheit, ich glaube die hatte sie sogar mit irgendjemanden, wo sie mit Quaschi zusammen war. Dann wollte die Kumpel von mir ohnehin in die Küste steigen und alles, wo ich mit der zusammen war. Und da war er mit Nerven. Mein Steam wird nicht genervt. Ey, doch. So, da ist sie ein Bautechnik zu sein. Okay. Bist du so schrägbbam. So, so. Bist du so, so, so. So, 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 so. Bist du so. Ich weiß, dass ich sehr oft Fehler in meinem Leben gemacht habe. Du, ist das Fehler? Der Fehler? Der Fehler? Hm. Der Fehler? Der Fehler? Wer ist eigentlich überhaupt noch alles da? Meldet euch. 0900 saisx我的6. Haha! Hahaha! Warte, ich müsste nur ein bisschen bis um 1 Uhr warten. Dann kommen die ganzen��endenятия rein! Werbungen und alles. Da kann ich noch mehr Nummern auch sagen. Damit kann ich wach bleiben. Ich muss um 4 Uhr wieder aufstehen. Ich weiß ja nicht wo er ist. Du musst mir sagen. Ich muss nicht zurück. Ja wie sind das die? Du bist noch da. Ey, warum kommt meine Zuschauer nicht mehr on? Ey, Zuschauer. Ich werde so treu und jetzt verlässt er mich. Wenn die mich ja weiter umnervt. Dann ich ihn keinen kill mehr. Nur Tom. Oh, was ein Sniper. Ich mach mit dir ein Deal. Ich mach mit dir ein Deal. Ah, da ist der Tom. Jetzt lass mich kurz in Ruhe. Ich mach mit dir ein Deal. Ich mach mit dir ein Deal. Dann lass mich kurz in Ruhe. Dann kurz eine Rache drauf. Ich will den Deal machen. Sag mir Feuer. Nein. Geh aus dem Weg. Wie lachst du so, Elli? Nein, Pitu, nein, Pitu, nein, Pitu. Ich will dir was sagen. Wo ist der Herr? Ich mach mit dir ein Deal. Elli kommt da oben noch mit rein. Ähm, du? Das ist nur so. Das ist nur so. Geht nicht? Was? Was? Geht nur immer einer? Ich muss jetzt nur sagen und ich gibt dir doch immer was für. Dafür bekommt jetzt mein Schatzschatz. Ich bin voll. Wer auch. Oder so. Na, na, was? Heeeeeeeell. So. Neuglitz. Ich hab eigentlich gedacht, dass das funktioniert. Dass, äh, mindestens zwei rein können. Auf jeden Fall, Alter. Ich wills noch damals bei Quashi, Alter. Wo waschett holt. Äh. Ja. Hier ist mal, wenn sich irgendein Typ sich ihn runter holt, müssen wir einen Shot trinken. Das ist so schön hier. Ich hab den auch schon lange nicht mehr gesehen, aber... Also... Ich will nicht... Nein! Hör auf! Ich hör auf! Ich hör auf! Alter! Ich hör gleich auf zu zocken. Warum? Ja, weil du mich die ganze Zeit abknallt, obwohl ich noch nicht so weit bin. Sag das bisschen Dego. Ich hab ne Aufgabe für ihn. Dego, meine Belohnung. Das sind nicht für alle, die sich ein Rubin-Vodokon... Ich hab meinen Belohnung. Ich hab meinen Belohnung. Ich hab meinen Belohnung. Das ist jetzt Tom und alle in Ruhe. Ich hab meinen Autocodes. Ich hau jetzt ab. Ich hab meinen Autoführer schon den letzten schon gemacht. Ich hab meinen Autoführer schon den letzten schon gemacht. Das ist jetzt mal so gezogen. Haha! Wir haben hier einen Boden. Meine Waffen? Ach, meine Leute. Das wird ja wieder was schönes. Du wachst mir meine Waffe. Oh, das ist so schön. Keine Schnellerei mehr hier. Und... Diego will sagen, dass er... ...gut ist in mir. Geh mich. Ich bist für. Meine Xbox, die ist bei meiner Schwester. Warten mal, Tom. Was denn? Ähm, wollen wir mal, ähm... ...alle drei alleine spielen? Also gar kein Team. Den können wir machen. Da verliert ihr alle. Ja, egal. Oder Diego. Du. Ich seh Tom. Ja. Da haben wir gesehen, dass ich, äh, äh... sehr, äh, sieben Zuschauer. bloß Ellie und dir. Äh... Aber im Grunde haben wir, ich hab ja jetzt nur noch Ellie. Die können doch ruhig auch, äh, was rein schreiben. Die können sogar ruhig ein Thema vorstellen. Das kann vielleicht... ...abst du denn das? Ich stimmt, ich kann mir mal nie zu... Ha! Ich hab was neu für mich. Schon ne Challenge. Wie sieht er das, die schüchtern sind? Ich hab's nur noch nicht gesehen. Leute, ihr braucht doch nicht schüchtern sein. Ich bin's ja auch nicht. Haha! Naja, das könnte ruhig sein, ja. Leute, dann lasst mir bitte ein Kütschäntchen da. Das ist für ein echtes Sozial von euch. Ja, logisch und denken, warum können wir ihm da ein Geschenk klar lassen, wenn er eh nur irgendwelche Scheiße drauf hat oder so. Man kann doch fallen, du sollst einfach aufhören. Ja, ne. Aber da wir ja nicht mehr normal sind, ne? Ja, Tom, versteht sich doch auch immer wieder. Ja, trotzdem muss ich mich gleich abschließen. Was ist Kevin Baden oder was? Wann ist denn der Baden gegangen? Ach, das ist ja noch ja auch nicht. Die längste Zeit, die ich in der Badewanne verbracht habe, das waren zweieinhalb Stunden oder so. Was ist denn noch alles in der Badewanne? Witzig, glänzige, glänzige. manche läuft immer noch wenn ihr das alle noch wisst hat sie da wenigstens reingestimmt und die jungen zu skruten kein interesse an einer beziehung oder sonstige nur auf der suche nach korrekten leuten ja aus lokal kommt bei der umgebung so ich habe jetzt die munition jetzt so seid ihr wo seid ihr ja wenn das die mit dem domenheim auch hier muss ich wohl jedes wäre ich gewinnig zu irgendeiner irgendein thema raushauen würde was was wir diskutieren könnten oder darüber labern genauer. Also ich bin bei Tiltentowers. Was weiß ich da. Tiltentowers. Ja, ich und mein Englisch. Das Thema hatten wir Freitag. Wie gut bist denn du eigentlich in Englisch? Muss es eigentlich noch schlechter sein als ich ja, wa? So oft wie du in der Schule gefehlt hast. Na sag ich doch. Oh, dass ich Englisch gut öffnen kann. Es ist ja schön, dass du in Englisch gut bist. Mach weiter so. Ich hab ja auch nur eins. Äh, also... In anderen Felder bin ich irgendwie scheiße. Aber dafür in Englisch nicht. Bestimmen wir mal von Tiltentowers. Bubble. Bubble finde ich irgendwie bescheuert. Alter, erst sagen sie, dass du irgendwie kostenlos ist. Oder tust dich da registrieren und alles. Äh, nur damit du da die Sprache lernen kannst, musst du Geld bezahlen. Was ist das für die Logik, alter? Wie fehlt's man's? Also, äh... Zwei beste Freunde von mir, die im Falkenberg wohnen. Wenn ich jedes Mal bei denen bin, ich fresse was zusammen und sie denken, dass ich, äh, den Wegen habe und alles. Also, die, die wundern sich jedes Mal, wieso ich so viel, äh, äh, essen kann. Ja. Schnell als die mir manchmal lieb ist. Zwei zerfangen. Was hat das aus der Badewanne geschafft? Ich weiß, wie jetzt seine verschrumpelte Haut aussieht. Kann das nicht gesagt werden. das jetzt nicht geht. Live! Nicht, dass er dann vor meiner Türe steht und klopft. Jetzt bin ich wieder richtig dran. Gut, ich kann jetzt alles machen. Wo seid ihr? Willkommen im Stream. Ja, bin ich immer noch. Wohin klärt das? Tut hier, oder muss los. Wer hat Lust auf Musik? Ich! Ich nicht! Weiß ich nicht! Weiter kann streamen an! Ja, man! Nein! Klin! Willst du chatten? Ey! Mach hier nochmal hoch! Ich glaube, Ali ist auch nicht mehr da. Die ist eingepennt. Ja! Ich bin nochmal hoch! Ja! Warum nicht? Ich kann auch extra für dich Schlager anmachen! Nein! Ich hab mein Stream an! Wenn Tom sagt, der... Wenn der kleinen Noob noch sagt... Der enttötet ist! Wenn ich mich mit ihm treffe... ... Der Diego! Der ist gar nicht hier! Das Tötet! Der Noob nicht! ja ich kann ja dann später ein whatsapp schreiben wo bist du enttötet irgendwo in ein haus bin ich und welches sucht euch uns aus dego alle häuser abklappern ich sag euch dann bescheid wenn ihr mich gefunden habt so christina was machen wir dann hören ok sorry ich suche Tom den kleinen Noob Diego ist das ein hoverboard hier ich dies was er hören können ist das hier ein hoverboard ja gut ey wir müssen Tom suchen die beide müssen Tom suchen ne müssen nur suchen ne ich hab mein stream Arne das hab ich letztens auf Arbeit gehört falsch ey wo ist der denn es sagt man wird ein haus welche farbe hat ein haus grau oder so grau ist das so ein doppel haus ich habe jetzt rot meinst du rot mein backfahnden bodier was suchst du im schlafzimmer ich bin nicht im schlafzimmer doch ich kam schnell der mich jetzt holt doch nicht geht das gerade hier mit abgefahren die hat die ich weiß nicht warum tötest mich die ganze zeit du hast dich der arzt darf als ich ich muss ihn jetzt treffen durchstehen ich will jetzt wieder den noob ich darf ich muss tom durch ich musste nur besützen ich denke kann denn er da kann die ego was soll ich machen ich teils mehr ich habe schlittschuhe ich bin alle in ruhe gefreundlich waffe welt nein jetzt wird auch die rache jetzt ist die jo fällig ich bin auch ich spiele mit den tausend wo ich den tausend ich spiele mit und der schande wenn du kannst mal sagen in welcher welche herausforderung soll ich machen wir betten uns gerade mit dem kleinen noob was wir dann dünne musik aus ich kann nicht über die musik hier eigentlich pennen wo bist du jetzt ich habe von tom die waffen gefunden wir müssen alle sein er hat eine mini gun in gold bruder wird jedoch editiert hier auch die hat doch die jordan weil die großen die kannst du mit spielen was er weiß auch wer warum wenn er lust hat und er will was wenn er nur bauen möchten er baut da sein haus da war ein haus ich glaube ich muss noch mal zu euch kommen essen jetzt komme ich post kacke leon kann auch in deinem team sein und er bringt auch nicht um im team kann man sich nicht unter er sich umbringen warum nicht was hast du ihn behindert ist ja bestimmt nicht er hat der und ich weiß es bis um genau um die nehmen im stream das muss jetzt entschuldige mich jetzt auch schon darüber leon entschuldigung wenn ich das jetzt sage leon hat leider keine freunde hat nur mich nicht dummer und guck mal was du hast dass mehrere freunde deine rache jetzt noch ein ja ich enttötet immer noch hier sind wir offiziell wo ich markiert habe ja dann du hast freund ich weiß nicht nur nicht fast nicht nur mich aber ich meine jetzt hier im palz hast du kaum freund und weißt du das meinte ich jetzt ja die lüge ab der kleine gehege und wieder an die die war auf der linken bohnen mit war dann die es hat mich nur gerettet immer richtig fies sein meine treppe wird schießen leon kommen einfach in mein team und dann tötet sich einfach gar nicht ja warum mein team denn und dann tötet sich gar nicht die uren ernst er die europäische Lust mehr langsam mit dir leon und er ist ein ganz schlimmer Mensch ist doch lieb wenn er schiefen ob nun mit ihnen dann nicht wenn er mit um höhere nicht damit keine Ahnung was hat er gemacht ein voll tollen hatte ich ihn gehört gehört kurz aber dann wenn er hat die alle die geruch aus ich weiß es nicht wie du weißt es nicht es steht alles im chat die hat die gruppe verlassen beide treten verlassen beide treten verlassen beide treten leute wenn das jedes mal so geht ich bin nicht mehr mit euch ganz ehrlich was soll denn der scheiß ich weiß es nicht da kann ich mich über den rechner setzen und los leute was wird das denn hier dankeschön wo bist du jetzt so ich bin jetzt bei der markierung bist du wirklich bei welch bei bei die blaue ja ich sehe ich nicht ja gut ich bin 26 Meter noch entfernt davon ja siehste was noch 17 20 ja jetzt nur noch 18 mit einem plan ich weiß ja nicht was wird das denn hier mann das wird offiziell mit spiel macht wodurch kein spaß mehr mit euch ein hier mit leeren und alle mit Tom Schirr und Diego aber wenn gern möchte reinkommen und nur bauen möchten möchte ich sehe dich jetzt haben alle verlassen ja ich fand toll gut dann weil ich beim nächsten mal nicht mehr fragen ob wir zocken die die umerschaftlich zerspielen wenn leon reinkommt und fragt einfach mich ganz lieb diesen fragt er dich er müsste nicht eigentlich keine ahnung so die spielrenzen machen wir hier nicht hat eine pistole Tom wie viel hp hast du ich habe hier hast du nicht viel ein schuss ich habe eine pistole springen runter genau tom du hast doch kein oder hast du ein evita siehst so leute wenn sie wieder drinnen oder wie nein noch nicht aber deo ist drin gewählt dass wir meine waffen kunde sind deine waffen die sind deine zu müssen meine die ich hatte ein maschinengewer wusste ich gar nicht ich bin dann eher gekehrt als du mich wirst du denn ich mag mich ein schaden jetzt kommt doch noch mit sowas da an lebe ich doch lebe ich doch einen schuss aus leute leute schreibt doch mal was rein wenn ihr mir schon zu gut das ist bei mir auch so beantwortet auch eure fragen warum warum abonnierst du mich nicht ich bin ich in youtube drinnen im knellkörper auf zu gehen hoffentlich muss muss mich abonnieren kunde ich habe ich habe wieder leon raus geht in dir bitteschön jungen und wenn das so weitergeht wird kommen mit uns nicht mehr spielen das hätte ich nur selber sagen können dann kann man ja zusammen noch spiel und der probieren sowieso einige male online gewesen ich fühle mich wie du heißt er muss mir noch mal deinen namen müssen wir uns mal einen tag ausmachen ja und dann muss ich über pc streamen da kann ich dann besser mehr machen als wer baut da es sucht haben er bist du die geäune und wir hatten wir uns nicht geholt wie hast du mich geholt wie jetzt ich schaffte ich war mit der pistole umzubringen jetzt meine challenge 2 kitts mit der pistole zu machen also jetzt noch nicht nur noch meine waffen aufnehmen das ist jetzt schon richtig mies wie soll ich mit 7 hp dich jetzt umzulehen mit dem armbrust genau mit dem armbrust bringt er mich um einfach auch leute oh leute ich suche meine pistole ich suche meine pistole die habe ich auch viel gegessen top was willst du nur ich will nichts sagen ohne den anwalt ne ich habe eine pistole gefunden mach renner mein freund die urkale steht weiter guck mal anführen ach leute und schon lebst noch lebst du machst du noch wie viel steht hast du und ich habe hier ist willst du ohne Falle zu hören ins Auge oder in einer Eier oder in einer Bauch oder in einer Bauch A wie viel AP hast du und ihr holt mich ihr musst kurz immer warten weil wir machen gerade mit Tom mit der Pist ich Tom muss da alle Waffen benutzen außer ich muss eine Pistole Tom die Welt ich muss die habe ich umgebracht bin die jetzt will ich man doch dass ich nochmal neu startet dich juli ich starte meine plätze mein fort hat jedes mal wenn wir alles Wer kommt denn da an? Feuert König Ach so die runden ich darf keine runde neu bist du doch gerade so gut im kitz Tom Deo na ne ich versuche gerade Tom alleine zu erledigen Ey Leute Deo das war gut von dir Du willst einfach nur Kills abstauben ne Deo muss man kurz uns lassen Ok Das war meine letzten Debbie Pump Der hat den nimm dir tot Hab ich leider noch Falls du toll mit der Petone umkleide Nein mich nicht ich kleide dich dann auch mit der Petone ab ne Ihr müsst Geh vor Geh vor von mir Ich musste dir aber hinterher laufen Ich hab nur so Spaß geschossen Du hast ja Handkanone Naja Jetzt ist er aufgefallen Wo ist er denn er der hat verloren Der bist du Mist Da Ok Wenn du Wenn du Wenn du Verkall mich nicht Oh meine Leute Halt mir das nicht ins Ohr Alle 2 mit der Pistole du holst Verkall mich nicht so jetzt warte ich eine weile was jetzt auf musik also ok die wahl sind in ruhe und ich lasse dich auch in ruhe ok hier oben mal gucken ob ich diesen nein die go die go ich weiß über die tom nicht abschießen das ist mein heute damit du noch nicht wie hat er mich gewohnt ja wenn die europäische aus jetzt hier du hast mich noch mal kurz im leben ich brauchst noch ein kill und habe ich die normale und darf ein pandan spielen wussten wo ist wo ist er die bei lud lake markier mal wo Tom ist bei Loot Lake? Nein. Jetzt ja. Danke, dass du mich verraten musst, Diego. Da fällt sich doch einfach doch gut aus. Ich will noch nötig. Diego nicht mich. Ich wusste nicht. Ja, du wusstest nicht. Leon ist da oben drin. Der verdannte Banane. Er hat den still nicht. Den hier. Ich weiß. Ey, Diego, ruhe da oben. Mein Diego, Hurensohn! Ich kotze mich mal langsam an hier bei dir. Ich muss wieder nur überall einmischen. Das hier wohl gar nichts anderes. Na und? Die kam schnell. Ja, aber den Zölk bleibt liegen, ja. Was? Wenn der Zölk bleibt, aber liegen, ja. Ja, da wird, da wird mit Pampan spielen. Was ist denn, wir greifen dich hier ab? Was ist Leon? Wenn ja, bring ihn um. Ich weiß schon, wo er ist. Ja, ja. Ich komme mein Team. Oder wer für ein Tom's Team? Ich bin ja Tom. Thomas, stopp. Weißt du wo? Nein, ich hab's nicht. Wo ist der denn? Ja, da hinten. Bei dem Haus. Bei dem kleinen Haus. Also beim Fliegenhausenlager. Da ist er. Was wird, ich gehe mal hin. Okay, mal kurz. Ich bin ja mal kurz. Keiner schreibt wirklich rein, ja. Jo, ich hab jetzt nicht schießen. Ich mag nicht. Mama Laura. Mama Laura. Mama Laura. Mama Laura. Wie heißt die Mütter von Niki Laura? Mama Laura. Mama Laura. Mama Laura. Wenn du mein Stream gerade bist, ich bin in Team 2. 2. 2. Muss in Team 2 kommen. Ich bin in Team 2. Ja. Ich bin in Team 2. Ich bin in Team 2. 1. 2. 2. doch meine waffen doch liegen doch. Leon macht doch gar nichts. Ist das bei mir? Denn tötet Leon auch nicht. Leon? Bruder? Bruder, wo bist du? Nein, nein. Leon, bitte die und nicht. Wir können Tom abschießen. Was? Wir gehen jetzt ernsthaft frei auf Tom. Echt jetzt, Alter? Deo? Deo schnappst du dir. Los! Ich bin die. Schassi, Leon. Leon, bleib da oben, ich pushe. Wie hat mich getroffen, Deo? Ey, schassi, Leon. Deo, warum er erst neigt doch nur. Und er tanzt. Ja, Bruder. Hör auf zu weinen. Deo! Dein Tom ist doch da. Ja. Ja, ich hab kein Schaffsschützengewehr, ihr ne. Deo, das war ich. Das war ich. Ja, ich hab keinen Schaffstinn, Deo. Ein Schaffst! Ja, Problem ist das Potenzial. Ja, ich bin klar... ... Deo bitte nicht, okay? Mama Laura Die heiße Mutter von Niki Laura Mama Laura Mama Laura Die heiße Mutter von Niki Laura Die heiße Mutter von Niki Laura Komm mit Mama Laura Mama Laura Mama Laura Mama Laura Mama Laura Deo wird so einen Headshot haben Aber Tom Alter, dein fucking ernst Gerade, du bastard Oh, crack Hier Deo, bring ich um Nein, Leon Leon, lass mal bitte Deo Lass dich umbringen Deo, lass ihn dich umbringen Lass ihn dich umbringen Oh Bist du tot? Der war gerade nicht im Chat Oh Shit Oh Tom Is happy Hier Das bin ich Denn hör auf mich umzubringen Ach Deo Aufpassen, der kann gut bauen Und der ist schon irgendwo weiter hinter Was 8 Ich sag bloß er mich Oh Beißen Deo Schieb bitte nicht mehr ab Mach nicht Der bringt dann um Trotzdem Er bringt dich dann um Tom Brauchst nicht versuchen zu Tom Was Deo, wann du schieße einmal ab? Ich bring dich um Das reicht mir langsam Bin nur zu Tom Wenn das mir irgendwie nicht passt, dann gehe ich um woanders hin Dann Chofe O Es Ist 在 das freut sich bis heute bis morgen beim neuen live stream